Ich bin gerade nicht am Spannen. Spannen ist gerade schwer. 4.4. 4.4, auch noch. Wenn du dir vorstellst, kannst du dir jemanden was geholt hast? Ja. Oh, super. Was waren die davor? Echt, die haben... Boah, geil, die habt ihr auch geschlagen. Ja, weiß ich nicht, irgendwas. Vielleicht hat sie euch verlobten. Ich hab seit Jogtrainer jetzt gar nicht gesehen. Aber sehr gut. Wo bist du? Ich bin noch gar nicht gelaufen. Bravo!